3.240 Euro Durchschnittspension gegenüber 1.125 Euro Altersrente im Schnitt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich bin fassungslos. Ich finde, das ist ein Skandal allererster Güte, dass es hier in Deutschland möglich ist, dass wir ein zweigeteiltes oder vielleicht auch dreigeteiltes Rentenversicherungs- oder Altersvorsorgeversicherungssystem haben. Auf der einen Seite über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die gesetzlich versichert sind und eine gesetzliche Altersrente bekommen. Und in Deutschland auch noch rund 1,4 Millionen Pensionäre oder Pensionärinnen da sind, die im Schnitt 3.240 Euro Alterspension, Altersruhegeld im Schnitt bekommen. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen mal, was das Bundesamt für Statistik in der Pressemitteilung vom 20.12.2023 da so geschrieben hat. Ja, gucken wir uns das mal an. Wir haben 1% mehr Pensionäre in Deutschland im öffentlichen Dienst und nach der Pressemitteilung 490 vom 20.12.2023 beträgt das durchschnittliche Ruhegehalt für rund 1,4 Millionen, also es sind hier 1,394, ich sage jetzt 1,4 Millionen Pensionäre in Deutschland bei 3.240 Euro brutto. Und zwar erfasst das die Bundespensionäre, Soldatenpensionäre nach Soldatenversorgungsrecht, aber auch Landes- und Kommunalpensionäre und Pensionärinnen. Meine Damen und Herren, das sind die nackten Zahlen. Die Ausgaben für die Pensionen für die ehemaligen Staatsbediensteten beliefen sich im Jahr 2022 auf 53,4 Milliarden Euro. Dazu kommen nochmal 8,4 Milliarden Euro für hinterbliebenen Leistungen, das sogenannte Witwen- oder Witwergeld und dann noch auch das Waisengeld ist da auch noch mit drin. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, hingegen gesetzlich Versicherte, hier bitte nochmal die Zahlen der deutschen Rentenversicherung bei den laufenden Rentenleistungen. Ich habe hier die RV in Zahlen als PDF mal heruntergeladen. Da haben wir hier auf dieser Seite die Renten wegen Alters in den alten Bundesländern für die Männer. Da haben wir einen Zahlbetrag von monatlich 1.279 Euro. Bei den Frauen sind es in den alten Bundesländern 789 Euro, ergibt dann eine Durchschnittssumme für die Altersrentnerinnen und Rentner in den alten Bundesländern von 1.007 Euro. Und in den neuen Bundesländern sieht das bei den Männern dann so aus. Da haben wir hier 1.360 Euro Altersrentenzahlbetrag im Schnitt. Das wird dann aufgeteilt in diese Altersrenten hier, aber hier oben ist der Zahlbetrag im Schnitt und für die Frauen sind es dann 1.155 Euro. Ergibt dann im Osten ein Zahlbetrag im Schnitt für Männer und Frauen Altersrenten 1.243 Euro. Wenn man diese 1.243 Euro plus die 1.007 Euro zusammenaddiert und durchzweiteilt, komme ich auf einen durchschnittlichen Altersrentenzahlbetrag in Ost und West von sage und schreibe 1.125 Euro. Meine Damen und Herren, das ist de facto ein Drittel Altersruhegeld oder Altersrente für gesetzlich Versicherte gegenüber Pensionären des Bundes, der Länder und der Kommunen. Und das ist eigentlich der springende Punkt in diesem Video, dass wir hier eine völlig Ungleichgewichtung haben und auch eine Ungleichbehandlung haben, denn gesetzlich Rentenversicherte, Männer und Frauen in Ost und West, zahlen Beiträge in die Rentenkasse ein, in der Erwartung, dass sie mal später eine halbwegs vernünftige Rente bekommen. Und wenn man sich die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge hier anguckt, da könnte man eigentlich nur noch weinen. Denn hingegen Pensionäre und Pensionärinnen oder Beamte nichts von ihrem Gehalt in irgendetwas einzahlen, sondern sie ihre Pension aus den laufenden Steueraufkommen bezahlt bekommen. Meine Damen und Herren, Pensionäre und Pensionärinnen, die das jetzt hier wieder hören und denken, ja, der Knöppel zieht wieder über uns her. Nein, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass sie eine solch hohe Pension bekommen. Aber es wäre doch auch nicht schlecht, wenn unsere gesetzlich Versicherten auch eine solch hohe Rente bekommen, wenn sie nämlich nach 35 oder 45 Jahren Arbeit dann ihren Ruhestand bekommen. Was ist denn der Hintergrund eigentlich dessen, warum Pensionäre und Pensionärinnen so eine hohe Pension bekommen? Ja, die Einkünfte im öffentlichen Dienst haben sich über die Jahrzehnte deutlich höher gestaltet als in der freien Wirtschaft. Und deshalb bekommen Pensionäre, bekommen Beamte auch deshalb hier solche üppigen Pensionen ausgezahlt, die sozusagen fast dreimal so hoch sind wie die Altersrentengelder von gesetzlich Versicherten. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit gegenüber denjenigen, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ich bin der Meinung, wir müssten in Deutschland, um auch solche Diskussionen dann für die Zukunft zu beenden und dass wir immer wieder mit den Fingern auf dieses Problem in diese Wunde reinzeigen müssen oder reinlegen müssen, dass das aufhört, sollte in Deutschland endlich eine erwerbstätige Versicherung eingeführt werden, in den auch Beamte einzahlen und hier entsprechende Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen. Meine Damen und Herren, ich wollte Ihnen einfach nur noch mal die Zahlen zu diesem Thema zeigen. Für mich ist das ein Skandal, für mich ist das ein Aufreger. Ich bin der Meinung, dass das pflichtunergreifend ein unerträglicher Zustand ist, dass gesetzliche Rentenversicherte deutlich weniger im Schnitt an Rente bekommen, als ein Beamter oder eine Beamtin mit rund 3.240 Euro unterbliebenen Altersruhegeld für das Jahr 2022. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knü 真的